Musik Hallo Pepper, brauchst du Hilfe? Ich bin zu klein. Kein Problem, ich helfe dir doch gerne. Musik Herzlich willkommen in der TU Wien Bibliothek. Wie Sie gerade gesehen haben, fungiert die Bibliothek im Rahmen des Doktoratskollegs Trust Robots als Living Lab. Promovierende der TU Wien untersuchen aus interdisziplinärem Blickwinkel, wie Menschen auf Roboter reagieren und mit diesen interagieren. Aber nicht nur die Robotik und andere Formen der künstlichen Intelligenz beeinflussen unsere Arbeit in der Bibliothek. Eine Vielzahl von Technologien wird bereits jetzt und noch stärker in Zukunft in unserer Bibliothek eingesetzt. Beispielsweise RFID, Cloud Computing und Suchmaschinentechnologien. Über Schnittstellen und Standards wird die Interoperabilität zwischen Software-Applikationen gewährleistet. Im Zentrum bibliothekarischer Arbeit stehen dabei Metadaten, also Daten über Daten, wie beispielsweise bibliografische Informationen. Metadaten stellen zudem sicher, dass Forschende und deren Forschungstätigkeiten eindeutig zugeordnbar sind, auch bei Namengleichheit oder einem Namen wechseln. Hierfür kann die sogenannte ORCID-ID verwendet werden. Die TUWIN-Bibliothek leitet gemeinsam mit der Universitätsbibliothek Wien, ORCID Austria. Die teilnehmenden Einrichtungen können die Daten automatisch zwischen ORCID und universitätsinterne Software-Applikationen wie Forschungsinformationssystemen transferieren. Durch diese Synchronisation müssen Daten nur in ein System eingegeben werden. Um die Sichtbarkeit wissenschaftlicher Leistung zu gewährleisten, müssen Publikationen und Forschungsdaten dauerhaft zitierbar sein. Der Digital Object Identifier, kurz DOI, ist eine dauerhafte Signatur, die immer gleich bleibt, auch wenn sich der Speichertort der Dateien endet. Als Mitglied bei Datasite beliefert die TUWIN-Bibliothek alle Repositorien der TUWIN mit DOIs. Sie fungiert auch österreichweit als Vergabestelle von DOIs. Darüber hinaus unterstützt sie die Umsetzung der Fair Data Principles und macht ihre Metadaten maschinenlesbar, also für Algorithmen interpretierbar. Ob Daten, Publikationen, Publizierende oder Institutionen, die konsequente Vergabe von Metadaten, ihre Standardisierung und Verknüpfung, unterstützt die stabile Auffindbarkeit von Personen- und Forschungsleistungen und stellt daher eine strategische Priorität der Bibliothek dar. Die Dissemination von Forschungsoutput und die Förderung einer offenen Wissenschafts- und Publikationskultur an der TUWIN sind weitere strategische Prioritäten der Bibliothek. Um die Forschungsergebnisse der TUWIN international besser sichtbar zu machen, liefert die Bibliothek Metadaten, zum Beispiel an die Open Science Plattform Open Air, die Suchmaschine Base oder Bibliothekarische Verbundkataloge. Mit Repositum stellt die TUWIN-Bibliothek eine Infrastruktur bereit, über die Publikationen wie Artikel, Masterarbeiten oder Dissertationen, aber auch komplette Open Access Zeitschriften im Internet frei zugänglich gemacht werden. Monografien, Schriftenreihen, Dissertationens- und Conference Proceedings können nach erfolgreicher Begutachtung im Verlag TUWIN Academic Press erscheinen. Als reiner Open Access Verlag stehen Publikationen als E-Book im Internet kostenlos zum Download zur Verfügung. Printausgaben sind bei uns optional. Die Zusammenarbeit mit allen Angehörigen der TUWIN ist der Bibliothek auch beim Ausbau des Kurs- und Beratungsprogramms zum wissenschaftlichen Arbeiten sehr wichtig. Angebote zum richtigen Umgang mit Zitaten und nicht selbst erstellten Bildmaterial tragen dazu bei, akademische Integrität sicherzustellen und Plagiate zu vermeiden. Das Programm soll Studierende außerdem dabei unterstützen, zwischen heutiger Informationsflut, algorithmusgesteuerten Filterblasen und Fake Science sich kompetent zu bewegen. Ein weiterer wichtiger Arbeitsbereich der Bibliothek ist die stetige Verbesserung der wissenschaftlichen Recherche und unsere Recherche-Tools. Hier setzen wir verstärkt auf Methoden der künstlichen Intelligenz und handeln mit Verlagen Verträge aus, die das Extrahieren großer Textkorporer und Datenmengen erlauben. Im Drittmittelprojekt Artificial Researcher in Science erproben wir in Kooperation mit dem Forschungsbereich Information und Software Engineering den Einsatz von Textmining und maschinellem Lernen für die Entwicklung der nächsten Generation von wissenschaftlichen Recherche-Tools. Maschinelles Lernen setzen wir auch bei der Digitalisierung alter Zettelkataloge ein. Eine vom Forschungsbereich Computer Vision der TU Wien entwickelte Software lernt das typische Erscheinungsbild von Signatur, Bandnummern oder Erscheinungsjahr auf handgeschriebenen Katalogkarten zu erkennen. Nach etwas Training hilft uns die Software, die Metadaten schneller in Katalog Plus aufzunehmen. Neben all den digitalen Services dürfen wir jedoch den physischen Raum nicht vergessen. Denn der Lernort Bibliothek bietet diverse Lernumgebungen, vom stillen Einzelarbeitsplatz über buchbare Gruppenarbeitsräume bis hin zu Sitzarrangements, die den informellen Wissensaustausch fördern. Dabei nimmt die Bibliothek eine besondere Stellung auf dem Campus der TU Wien ein. Sie stellt einen neutralen, niedrigschwelligen öffentlichen Raum dar und kann durch Ausstellungen, Ringvorlesungen und andere Veranstaltungen in ihren Räumlichkeiten den Wissenstransfer von der TU Wien in die Gesellschaft mit befördern. Damit die Bibliothek auch in Zukunft ihrer Rolle als inspirierendem Lern- und Wissensort gerecht wird, sollen im Rahmen der Initiative TU Wien Bibliothek 2030 interdisziplinäre Lehrveranstaltungen durchgeführt werden, in denen Studierende und Lehrende der TU Wien Visionen entwickeln und konkrete Gestaltungsvorschläge erproben. Als Bibliothek der TU Wien wollen wir die digitale und analoge Welt des Lernens und der Wissenschaft zugänglich machen, vernetzen und zukunftsorientiert gestalten. Unser Roboter Pepper wird uns auf diesem Weg begleiten. Wir freuen uns, wenn viele von Ihnen das auch mit Ideen und Kooperationen tun. Auf bald an der TU Wien Bibliothek.